Weltuntergang Haikus zum Weltuntergang Teil 2 Keine Welt mehr da. Realität ist auch futsch. Paket kommt nicht mehr. Untote im Ort. Sie greifen an. Uns bleibt nur reichlich Randale. Alle sind nun fort. Unendlich Zeit zu lesen. Brille fiel kaputt. Der Himmel ganz grün. Es ist ein Baum, der fällt um. Er trifft vorbei aus. Ein Zoom H6 liegt. Liegt defekt von Schutt begraben. Schreie. Schreie. Schrei. Tornado in Sicht. Der Himmel verdunkelt sich. Apokalypse. Die Türme fallen. Genauso wie die Börse. Gut gemacht, Tyler. Bass aus den Boxen. Schwitzend Körper an Körper. Noch regen sie sich. Alle sind sie weg. Wind treibt Plastik durch die Stadt. Ich bin der Letzte. Der vierte Reiter. Jetzt hilft uns nur noch beten. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ein wackeliger Tisch. Der Globus stürzt zu Boden. Delle in Asien. Still in den Bunkern. Die Türen weit geöffnet. Lachen aus Radios. No desire to run. There's no hurry anymore. All is said and done. Das war Haikus zum Weltuntergang. Teil 2. Mit Haikus von Blubberfrosch, Kathi Frenzel, Matthias Kleimann, Meo Mespotin, Rebecca Goermann, Reichlich Randale Podcast, Sektor Podcast, Steffen Kosmann, Tim Süß und Undetnu. Gelesen von Blubberfrosch, Kai Du, Kathi Frenzel, Lille, Ren Theron, Rebecca Goermann, Steffen Kosmann und Tim Süß. Produktion Rebecca Goermann. Diese Produktion entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des Geschichtenkapsel Podcasts. Sie können mit der Aktion Weltuntergang